Napoleons Armeen überrollen Europa. Deutsche Staaten rüsten gegen die Heere der Revolution. Doch der Kaiser der Franzosen besiegt Preußen und Österreich im Sturm. Karl Ludwig Schulmeister, dieser Agent in den feindlichen Reihen, arbeitet für den genialen Feldherrn. Der ehemalige Schmuggler wird sogar Chef der Polizei. Als Topagent in Napoleons Diensten wagt er sein Leben zwischen den Fronten. UNTERTITELUNG Ulm 1805. Österreichische Truppen sind in Bayern einmarschiert. Sie warten auf russische Verstärkung, um gemeinsam Frankreich anzugreifen. Die österreichischen Generäle wissen nichts von den Truppenbewegungen der Franzosen im Westen. Moderne militärische Mittel gibt es noch nicht, um aufzuklären, wo genau der Feind steht. Doch dafür gibt es Spione. Ein Deutscher bietet seine Dienste an. Karl Ludwig Schulmeister. Er weiß angeblich genau, wo der Franzosenkaiser steht und wohin er als nächstes zieht. Solche geheimdienstlichen Informationen sind entscheidend, wenn man den Feind besiegen will. Schulmeister ist der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Die Österreicher fühlen sich sicher in Ulm. Sie vermuten, dass das Gros der französischen Truppen noch weit weg ist. Trotzdem kommen Schulmeisters Dienste nicht ungelegen. Da Schulmeister Badener ist, kennt er Gott und die Welt. Es gelingt ihm, auf eigene Faust Ulm zu erreichen. Er berichtet, was er weiß und, um sich Zugang zu verschaffen, schmückt er ein wenig aus. Er will sich nützlich zeigen. Schulmeister stammt aus Baden und lebt in Straßburg. Als Händler reist er durch viele Orte, spricht mit vielen Menschen. Er kann so ganz andere Berichte zusammenstellen, als es den Generälen mit den gängigen Mitteln dieser Zeit möglich ist. Auf der unteren Ebene gibt es die militärische Aufklärung. Er wurde im 18. Jahrhundert und auch noch im 19. Jahrhundert dadurch gekennzeichnet, dass es vorzugsweise sogenannte leichte Truppen gab. Also Husaren oder Ulanen oder Cholégé, die ausgeschickt wurden, vor den Truppen Aufklärung zu betreiben. Also, was tut der Feind? Oder das Gelände zu erkunden. Also etwa, wo sind die Straßen gut, wo sind sie schlecht, wo gibt es Brückenwege, wie ist das Gelände? Napoleons Armee hat Befehle bekommen, mit denen die Österreicher nicht rechnen. Im Norden soll die Grande Armee die Österreicher umgehen. Schulmeister treibt ein raffiniertes Spiel mit den Österreichern. Er weist auf kleine Truppenkontingente südwestlich, im Schwarzwald hin. Österreichische Späher bestätigen seine Berichte. Schulmeister wirkt glaubwürdig. Die Österreicher geben ihm Geld und stellen ihm Passierscheine aus. Er soll die Franzosen weiter auskundschaften. Was sie nicht ahnen, Schulmeister geht direkt ins französische Lager zu Marshal Joachim Myra. Am 16. Oktober, vier Tage später, trifft er Myra. Er bringt ihm die Informationen über die österreichischen Truppenaufstellungen und kehrt heimlich nach Ulm zurück. Schulmeister war damals in geheimer Mission unterwegs, für die Franzosen und gegen seine deutschen Landsleute. Dokumente seines Wirkens finden sich noch heute im französischen Militärarchiv. Unter anderem eine detaillierte Aufstellung der österreichischen Armee, adressiert an den Kaiser der Franzosen persönlich, der in Augsburg stationiert war. Mitte Oktober 1805 sind die Österreicher in Ulm fast völlig eingekreist. Napoleon selbst steht südöstlich in Augsburg. Noch ist eine Flucht möglich, denn Ulm ist für eine Belagerung nicht gerüstet. Die Mauern sind alt, es fehlen Vorräte. Einige Offiziere raten dem Befehlshaber Karl Mack von Leiberich zum raschen Abzug. Jetzt kommt Schulmeister ins Spiel. Die Informationen, die er Mack brachte, sollten Mack davon abbringen, Ulm zu verlassen und ihn dazu verleiten, seine Truppen in Ulm zusammenzuziehen. Mack von Leiberich glaubt Schulmeister, dass die geringen französischen Kontingente bald wieder abziehen. Gerüchte gehen um, dass die Engländer an der französischen Kanalküste gelandet seien. Außerdem sei in Paris ein Aufstand gegen Napoleon ausgebrochen. Mack sieht sich schon als Sieger vom Platz gehen. Ein großer Irrtum. Völlig eingeschlossen muss er kapitulieren. Zehntausende Österreicher gehen in Kriegsgefangenschaft. Ihre Ausrüstung fällt an die Franzosen. Ulm ist der Anfang vom militärischen Ende der österreichischen Präsenz auf deutschem Territorium. Das Reich war letztlich seit der Schutzmacht Österreich beraubt. Doch wer ist der geheimnisvolle Mann, der Napoleon zu diesem entscheidenden Sieg verhilft? Ein Mann, von dem nur wenige Bilder überliefert sind. Karl Ludwig Schulmeister wird geboren im Deutschen Neufreistädt am rechten Rheinufer, nicht weit von Straßburg. Er ist der sechste Sohn eines Pfarrers. Ein Leben, das in ruhigen Bahnen verläuft, scheint dem Pastorensohn vorherbestimmt. Weil der älteste Bruder die Pfarrei übernehmen soll, wird Karl Ludwig in fürstlichen Diensten untergebracht. Er heiratet eine Elsässerin. Trotz aller Turbulenzen wird er mit seiner Frau bis zu ihrem Tod 1844 zusammenbleiben. Der junge Karl Ludwig Schulmeister wird in Kork untergebracht, um aktuar zu werden. Er bleibt für ein, zwei Jahre Buchhalter kaum länger. Denn als er 1792 heiratet, ist er bereits Eisenwarenhändler in Freistädt. Das heißt, er ist zwar noch nicht in den Schmuggel involviert, denkt aber stark darüber nach. Zu dem Entschluss, den Staatsdienst zu quittieren, kommt Karl Ludwig kurz nach seines Vaters Tod. Auch der ehrbare Eisenwarenhandel reicht ihm nicht. Er wird zur Fassade für ein neues, abenteuerliches Leben. Der Rhein ist zu dieser Zeit noch nicht begradigt und in ein Bett gezwängt. Er ist ein wilder Fluss mit vielen Nebenarmen, zahllosen Inselchen und versteckten Furten. Was hier vorgeht, lässt sich kaum kontrollieren. Mit einem Wort, das ist das ideale Terrain für einen Schmuggler wie den Pastorensohn Schulmeister. Er ist in diesem Grenzgebiet aufgewachsen, hat Freunde und Verwandte rechts und links des Rheins. So helfen auch die elsässischen Verwandten seiner Frau bei Schulmeisters ersten verdeckten Aktionen. Die beiden Seiten des Rheins sind zu der Zeit noch sehr eng vernetzt. Das hat natürlich lang zurückreichende historische Wurzeln, aber es hat auch seine Wurzeln in einem Handel über den Rhein hinweg, der sehr, sehr aktiv war. Und die gemeinsame Sprache hat natürlich die beiden Rheinseiten miteinander verbunden. Und insofern sind die beiden Ufer des Rheins eng miteinander vernetzt. Als hilfreich erweist sich auch die Mitgift, die seine Frau in die Ehe mitbringt. Mit ihrem Geld kann er seine Geschäfte im großen Stil aufziehen. Unterschiedliche Preise, vor allem aber unterschiedliche Steuersätze und Zölle sind der Boden, auf dem sein Metier gedeiht. Alkohol, Tabak, Stoffe, Handwerksprodukte. Schulmeister schmuggelt, was Profit bringt. Seine gewinnende Art, sein charmantes Wesen knüpfen nützliche Beziehungen. Nach und nach baut er ein Netz von Informanten und Amtsträgern auf, die ihre Augen für ihn aufhalten oder beide Augen zudrücken, ganz wie es ihm nützt. So macht man rasch Karriere. Schulmeister fängt wie die anderen als Lastenträger an, steigt aber schnell auf. Er steigt auf, weil er das Geld dafür hat. Und so wird er früh Chef der Bande. Er kennt Gott und die Welt. Und da wird ihm klar, dass in der Welt herumzukommen wichtiger ist, als nur ein einfacher Chef einer Bande von Schmugglern zu sein. Er ist Unternehmer und vor allem ist er Versicherer des Schmuggels. Das heißt, er übernimmt für seine Truppe das Risiko beim Transport der Schmuggelware. Vor allem aber bezahlt er die Waren, die auf die andere Seite gebracht werden. Eine Tätigkeit vergleichbar mit der von Lloyd für die Schiffe. Die Flusslandschaft ist nicht nur ideal für so manches zwielichtige Gewerbe. Der Rhein markiert auch eine Grenze zwischen politischen Systemen. Die vielen großen und kleinen Fürstentümer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation auf der einen, das zentralistisch regierte Frankreich auf der anderen Seite. Die französische Revolution hat den Gegensatz zwischen Deutschland und Frankreich noch verschärft. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation erhob für Produkte wie Tabak, Eisen, Töpferwaren, Keramik weniger Steuern als das Königreich Frankreich. Mit der Revolution verschwanden zwar die Institutionen, doch die Steuern blieben. Das heißt, die Differenz der Steuereinnahmen blieb in der Hand der Machthaber, sozusagen. Nach der Revolution stellt der Rhein eine ganz heiße Grenze, die heißeste vielleicht in ganz Europa dar. Hier prallen das revolutionäre Frankreich und die Fürstenherrschaft alten Stils aufeinander. Also 1789 ist der Rhein noch eine ganz vage Grenze. Es gibt Entklaven auf beiden Seiten und Exklaven und auf diese Art und Weise ist die Grenze ganz fluide. Erst mit der Revolution wird der Rhein zur natürlichen Grenze Frankreichs. Und damit wird die Grenze schärfer und damit wird auch die Abgrenzung schärfer. Und überhaupt dann wird es möglich, Straßburg als Bollwerk der französischen Revolution und als französische Stadt zu sehen. Es gibt einen Moment im Juli 1790, da stellt man von französischer Seite ein Schild an der Rheinbrücke zwischen Kehl und Straßburg auf. Und darauf steht, Ici commence le pays de la liberté. Hier beginnt das Land der Freiheit. Und klarer kann man diese Abgrenzung eigentlich nicht markieren. Der Freigeist Schulmeister zeigt offen Sympathien für dieses Land der Freiheit. In seiner fürstlich regierten Heimat wird ihm nach und nach der Boden unter den Füßen zu heiß. Er bekommt zwei Probleme. Einerseits ist er ein erfolgreicher Schmuggler, das bereitet dem Dorf Neufreistädt Schwierigkeiten, man sieht das nicht gern. Vor allem aber arbeitet er mit den Franzosen zusammen. Im September 1797 lässt er sich in Straßburg nieder. Dazu muss er lediglich den Rhein überqueren. Schulmeisters neuer Wohnsitz, eine alte Reichsstadt im damals noch deutschsprachigen Elsass, ist ein Hotspot der französischen Revolution. Viele, viele Deutsche sind begeistert von der französischen Revolution. Und sie schauen in Richtung Frankreich und sehen zuerst Straßburg. Straßburg ist sozusagen die erste Station der französischen Revolution. Das heißt, diejenigen in Deutschland, die sich für die französische Revolution begeistern, die sehen dort eine Anlaufstelle. Und viele, und gerade die, die in Deutschland verfolgt werden, wählen dann Straßburg als den ersten Ort ihres Exils. Und dann ist es gut, dass es dort einen Jakobiner-Club gibt, der eine Aufnahme gewährleisten kann, der vielleicht auch helfen kann, die ersten Schritte in einem neuen Land zu machen. Und auf diese Art und Weise wird der Straßburger Jakobiner-Club regelrecht so etwas wie ein Propaganda-Instrument, um Deutschland in die Revolution einzubeziehen. Die revolutionären Ideale in Straßburg strahlen insbesondere in das benachbarte Baden aus und ziehen Männer wie Schulmeister an. Der ehemalige fürstliche Aktuar wird Mitglied im Straßburger Jakobiner-Club. Doch dessen Hochzeit ist schon vorüber. Er gehört zweifellos dem Club der Cetua aktiv an, denn diese Jakobiner-Clubs werden von der französischen Armee gefördert, als sie im Begriff ist, Baden zu besetzen. In den Kriegen dieser Jahre kommt es immer wieder zu militärischen Zusammenstößen am Rhein. Das ist ein Glücksfall für Schulmeister, denn die französische Armee schätzt die Ortskenntnisse des Schmugglers. Schulmeister wird auserwählt, um der französischen Armee bei der Überquerung des Rheins zu helfen. Im Mai 1796 stehen die französischen Truppen am Rhein und suchen geeignete Übergänge zum anderen Ufer. Es gibt eine Brücke zwischen Straßburg und Kehl. Doch dort muss man mit Widerstand rechnen. Man kann also nicht ungehindert den Fluss überqueren. Das geht nur flussaufwärts. Schulmeisters neues Gewerbe ist nicht ohne Gefahr für ihn selbst. Die heimische Obrigkeit sieht in ihm jetzt einen Spion für den revolutionären Erzfeind im Westen. In einer Zeit, in der auch die Kartografie erstens militärisch war und zweitens sehr unvollständig, müssen wir uns auch vorstellen, dass man den normalen Weg nicht ohne weiteres findet, um Truppen zu bewegen. Also wurden dort zivile Boten eingesetzt, die teilweise gegen Trinkgeld, teilweise wirklich mit der Drohung, das Haus oder das Dorf anzuzünden, gezwungen wurden, den Weg zu zeigen. Dabei ist natürlich ein breiter Spielraum zwischen denen, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, denjenigen, die es müssen, denjenigen, die es müssen und trotzdem reichhaltig vergütet werden und denen, die die Möglichkeit haben, vorzugeben, dass sie gezwungen werden, obwohl sie es vielleicht zwei freiwillig tun. Ob aus Geldgier oder aus Überzeugung für die freiheitlichen, bürgerlichen Ideale der Revolution. Schulmeister hilft den Franzosen bei der Rheinüberquerung. Und damit beginnt seine Karriere als französischer 007. Schulmeister ist der ideale Kandidat für die französische Spionage. Er willigt ein, ob notgedrungen und unter Druck oder aus Empathie lässt sich noch nichts sagen. In diesen Jahren sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit längst nicht mehr die Ziele der Revolutionäre. Die Zeit ist vorüber, in der radikale Jakobiner mit der Guillotine allen anderen die Marschrichtung diktieren. Die Jakobiner, auch die in Straßburg, werden nur noch geduldet. Der Jakobinismus in Frankreich und auch in Straßburg ist ein zeitlich begrenztes Phänomen. Die große Zeit des Jakobinismus, das ist die Zeit des Terrors, 1793, 94. Da sind die Jakobiner an der Macht. Aber so hoch, wie sie da geflogen sind, so tief stürzen sie auch ab. Und Robespierre ist das Beispiel dafür, wie man von einem Hohepriester der Revolution zu einem Opfer der Guillotine werden kann. Und das ist ein bisschen das Schicksal der Jakobiner allgemein. Die meisten Clubs werden 1794, 1795 geschlossen. Und es gibt sogar Verfolgungen von ehemaligen Jakobinern. Die hat man nämlich damals als Terrorist bezeichnet, als diejenigen, die den Terror veranstaltet haben. Auch nach dem Ende des Terrors bleiben es unsichere Zeiten. Eine stabile Regierung bildet sich erst heraus. Das Direktorium löst die Jakobiner Herrschaft ab. Der starke Mann dieser Zeit ist noch nicht Napoleon. Es ist der Vicomte de Barras. Ein ehemaliger Jakobiner wird Polizeipräsident. Der brutale Joseph Fouché. Ob aus Opportunismus oder aus Überzeugung, viele positionieren sich damals neu. Schulmeister kommt in einem Moment zwischen 1797 und 1798, als der französische Staat noch nicht sehr gefestigt dasteht. Ein neuer Staatsstreich wird vorbereitet. Fouché ist ein Agent von Barras, also dem Drahtzieher beim Staatsstreich von 1797, der anschließend der erste Direktor im Fünferkollegium sein wird. Barras will dem terroristischen Treiben vor allem der Jakobiner ein Ende setzen, denn die sind entschlossen und umtriebig. Es ist Fouché, der die Angelegenheit erledigt und dafür sorgt, dass diese Opposition verschwindet. Schulmeister erkennt die Zeichen der Zeit. Bei der Auflösung des Jakobiner-Clubs in Straßburg spielt er eine zwielichtige Rolle. Man weiß, dass Schulmeister, als er nach Strasburg kommt, Präsident des Jakobiner-Clubs wird. Seine Rolle ist nicht ganz klar, aber es ist sicher, dass Schulmeister eingesetzt wird, um den Club aufzulösen. Es steht fest, dass am 16. März 1797 der Club der Citoyens in Straßburg verschwindet. Doch seine Mitarbeit, ganz im Sinne der neuen Herren, nützt ihm wenig, als der französische Zoll auf ihn aufmerksam wird. Aus dem Vermögen seiner Frau muss er Strafe zahlen, um einer längeren Haft zu entgehen. Ob seine politischen Aktivitäten ihm schaden oder seine Schmuggelei. Jedenfalls, 1804 ist er in Straßburg ruiniert. Im Mai 1805 kommen seine Aktivitäten vor das Zollgericht. Im August 1805 wird er aus Frankreich ausgewiesen. Da muss es ihm wie eine glückliche Fügung des Schicksals erscheinen, dass ein neuer Krieg ansteht. An Jean-Marie René Savary soll ihn vorbereiten. Der Offizier Savary erinnert sich gut an den Mann, der in Straßburg schon hervorragende Dienste geleistet hat. Für Schulmeister sprechen auch seine deutsche Herkunft und sein Netzwerk rechts des Rheins. Der Schmuggler ist wieder im Geschäft. Für ihn ist es egal, ob Spionage oder Schmuggel. Es bleibt das gleiche Metier und sobald er in Deutschland ist, hat er seine Verbindungen. Einem Spion stehen 1805 nicht die technischen Mittel zur Verfügung wie heutzutage den fiktiven Stars dieser Zunft. James Bond gab es noch nicht. Es ist klar, dass Schulmeister ein Netzwerk hatte. Sein Netzwerk war ein Netzwerk der Schmuggler, vor allem als Versicherer von Schmuggel. Er trifft die Leute in den Wirtshäusern. Wenn er dort einkehrt, kommt er mit Menschen in Kontakt, die er einbeziehen kann. Menschen, die reisen können oder an speziellen Positionen sitzen und die man für Auskünfte nutzen kann. Wirtshäuser werden seine konspirativen Treffpunkte. Hier wirbt er seine informellen Mitarbeiter an. Hier besticht er und verhandelt er. Hier gibt er vertrauliche Informationen an seine Helfer weiter. Mit seinen Mitteln greift er in das große Weltgeschehen ein. Nach der Kapitulation von Ulm nutzt er weiter seine österreichischen Passierscheine und Empfehlungsschreiben. Schließlich halten ihn die Österreicher immer noch für ihren Agenten. Das ermöglicht es ihm, sich ungehindert zwischen den österreichischen Kontingenten zu bewegen. Ja, Schulmeister berät sogar deren Generalstäbe in taktischen Fragen. Seine vielen Erfolge lassen ihn übermütig werden. Er wirbt einen Geschäftsmann in der Kneipe an. Doch diesmal sollte sich der Menschenkenner Schulmeister gefährlich täuschen. Sein neuer informeller Mitarbeiter wendet sich direkt an die Österreicher. Schulmeister wird verhaftet. Auf Gnade kann er jetzt nicht hoffen. Wenn man wie Schulmeister so ein doppeltes Spiel spielt und eigentlich auch außerhalb dieser militärischen Hierarchien agiert, dann ist man eine dubiose Figur. Was es klargegeben hat, ist die Unterscheidung zwischen einem Soldaten, der militärische Aufklärung betreibt, und einem Spion. Ein Spion gehört sofort erschossen. Und das war die permanente Bedrohung. Eine standrechtliche Erschießung bleibt ihm vorerst erspart. Die Franzosen rücken immer näher, doch der Militärstaatsanwalt will ihn verhören. Ist Schulmeister ein Doppelspion? Für wen arbeitet er wirklich? Wer gehört zu seinem Netzwerk? Schulmeister wird von einem Truppsoldaten nach Böhmen transportiert. Als ihnen französische Truppen bedrohlich nahe sind, verprügeln die Männer ihren prominenten Gefangenen, rauben ihn aus und lassen ihn liegen. Als Landstreicher schlägt sich Schulmeister nach Wien durch. Es steht in diesen Tagen unter der Verwaltung des französischen Militärs, das nach dem Sieg von Ulm ungehindert bis in die Hauptstadt durchmarschieren konnte. Savary empfängt seinen alten Freund mit offenen Armen, staffiert ihn neu aus und macht ihn zum Polizeipräfekten. Eine überraschende Wendung in dieser außergewöhnlichen Karriere. Man ist sich sicher, im richtigen Moment einen geeigneten Vermittler gefunden zu haben. Savary hat ihn eingesetzt, aber nicht für die Spionage. Er soll sich um die öffentliche Sicherheit kümmern. Natürlich gehört zu seiner Arbeit für die öffentliche Sicherheit die Gegenspionage. Schulmeister lässt Lebensmittel an die Bevölkerung verteilen, die unter dem Zusammenbruch der österreichischen Verwaltung leidet. Man ist in einer Stadt, die alle Beamten verloren hat, administrativ, politisch wie auch polizeilich. Also müssen die Franzosen nach ihrer Ankunft zuerst die Versorgung und die öffentliche Ordnung wieder sicherstellen, um zu verhindern, dass es zu einer Rebellion kommt, was sie zwingen würde, ihre Truppen in Wien zu binden. Die Wiener finden in ihren Buchhandlungen bald ungewohnte Lektüre. Karl Ludwig Schulmeister, der badische Freigeist, entsinnt sich in seinem neuen Amt der alten antifürstlichen Ideale. Der neue Polizeipräfekt lässt nämlich die philosophischen Schriften der Aufklärung drucken, die die Habsburger verboten hatten. Nach dem Friedensschluss 1805 wird Wien geräumt. Schulmeister will nach Frankreich zurück. Eine üppige Belohnung wartet dort auf ihn. Er ist jetzt einer der vielen Glücksritter des napoleonischen Kaiserreichs, das die Revolution beerbt hat. Man kann fast sagen, das Empire war der Staat der Parvenus, der Aufsteiger. Napoleon selber war ein Aufsteiger. Einige seiner engsten Mitstreiter waren Aufsteiger. Man denke als Fouché, der seine Laufbahn als Physiklehrer begonnen hatte und dann Polizeiminister geworden war. Alles Menschen, die sozusagen vom unteren Rand der Gesellschaft nach ganz oben gekommen waren. Und so stand das Empire auch für Aufstiegschancen. Am meisten natürlich im Militär. Wenn man als Offizier begabt war, konnte man es unter Napoleon bis ganz nach oben bringen. Im Staatsapparat, der durch die Revolution immer wieder gereinigt worden war, sind viele Stellen frei geworden. Und die sogenannten Notabeln waren eine neue Elite. Und schließlich hat Napoleon einen neuen Adel gegründet. Noblesse d'Empire. Zu dieser Elite gehört der reiche Pastorensohn und Eisenwarenhändler nun, der zu seiner Frau zurückkehrt in seine Wahlheimat Straßburg. Im Vorort Mainau kauft er ein Schloss, als standesgemäße Immobilie. Der prunkvolle Bau soll seinen Mitbürgern zeigen, dass er es zu etwas gebracht hat. Über die Herkunft seiner Mittel schweigt er sich aus. Schulmeister bemüht sich, die Herkunft seines Vermögens zu verschleiern. Er sagt nicht, dass es aus der Spionage stammt, sondern aus einer Arbeit für die Polizei. Dort in der Stadt ist das ein Affront gegen die ehrliche Arbeit. So die öffentliche Meinung. Versagt bleibt ihm die öffentliche Anerkennung. Etwa durch das Kreuz der Ehrenlegion oder vielleicht einen Adelstitel. Napoleon hat die Republik in eine Monarchie verwandelt. 1804 krönt er sich selber zum Kaiser. Die Revolution hatte den Hof abgeschafft, aber Napoleon schafft ihn wieder an. 2200 Adelstitel hat Napoleon verliehen und er hat ein neues Zeremoniell geschaffen. Und das sind natürlich Ehrenposten in diesem neuen Regime. Was aber diesen neuen Adel unterscheidet vom alten Adel ist, dass es nicht mehr um die Herkunft geht, sondern um den Verdienst. Und diese Veränderung, diese meritokratische Elite, die ist ganz entscheidend. Außerdem hat der neue Adel fast keine Privilegien mehr. Und er ist in der Regel nicht erblich. Schulmeister muss sich finanziell nun keine Sorgen machen. Soziale Anerkennung bei den führenden gesellschaftlichen Kreisen, den Offizieren, ist jetzt sein Ziel. Die Offiziere mögen ihn nicht, weil er wie einer behandelt wird, aber keiner ist. Er hat viel Geld. Die Offiziere werden nicht bezahlt. Darum ist Korruption unter ihnen verbreitet. Es ist mehr als Missgunst. Es ist die totale Verachtung für den Spion. Und wieder lacht das Glück seinem Schützling Schulmeister zu. Napoleon rüstet sich zum nächsten Feldzug und Savary holt seinen alten Freund und Kampfgefährten aus dem bürgerlichen Ruhestand. Schulmeister wird gegen Preußen gebraucht. Seine Fähigkeiten und Ortskenntnisse, nicht zu vergessen, die alten Verbindungen in Deutschland. In der Armee hat Schulmeister offenbar keine Probleme, da man ihn am Feldzug von 1807 beteiligt sieht. Er kämpft und reitet mit der leichten Kavallerie, die die Aufgabe hat, den geeigneten Weg für die Armee auszukundschaften. Selbst bei der Truppe trägt Schulmeister Zivil. In eine Uniform muss er sich niemals zwängen. Sein eigentlicher Auftrag ist die Verwaltung der eroberten Gebiete. In angespannten Zeiten ist Ordnung gefragt. Hinter den Truppen darf kein Aufstand ausbrechen. Und der Krieg muss den Krieg ernähren. Die Eroberten müssen das Gemetzel an der Front bezahlen. Es musste Quartier gegeben werden, es musste die Truppe versorgt werden, es mussten Zahlungen geleistet werden. Und wenn das nicht geschah oder nicht im ausreichenden Maße geschah, wurde eben die entsprechende Stadt oder das Dorf mit Truppen belegt, solange bis die Zahlungen eingetroffen sind. Insofern war der brutale Einreiz gewissermaßen gegeben, die Geldmittel aufzutreiben, die es in Kriegszeiten gab. Nach den damaligen Kriegsbräuchen war es durchaus legitim, sich dabei auch selbst die Taschen zu füllen. Schulmeister und Savary sind da keine Ausnahme. Savary kann mit seinem Schützling zufrieden sein. Ein besonderes Husarenstück wird Schulmeister bei der Eroberung Wismas nachgesagt. Während eine preußische Truppe vor der Stadt lagert, galoppiert Schulmeister mit wenigen Reitern durch die Tore und verschließt sie gleich. Den Preußen gaukelt er erfolgreich vor, ein großes Kontingent Franzosen sei auf dem Anmarsch. Die verschreckten Preußen ergeben sich. Einem kleinen Trupp Franzosen. Der Krieg gegen Preußen endet 1807 mit einer völligen Niederlage für Schulmeisters deutsche Landsleute. Preußen muss sich Napoleon unterwerfen. Bis nach Ostpreußen marschieren die Franzosen. Savary wird dort Gouverneur. Schon einmal hat er mit Schulmeister gute Erfahrungen bei der Polizei gemacht. Sein bester Agent wird nun Polizeichef von Königsberg. Schulmeister ist eines der vielen effektiven Rädchen in Napoleons Herrschaftssystem. Man muss sich vorstellen, dass dieser napoleonische Staat wirklich ein Polizeistaat ist. Das heißt, von der Spitze her wird systematisch auf Informationsbeschaffung gesetzt. Und vielfach ist die Überlegenheit Napoleons in den Kriegen und in der Politik eine Überlegenheit der Informationen gewesen. Die besseren Karten, die bessere Vorstellung, wo der Feind steht. All diese Informationen waren für ihn ein Mittel der Herrschaft und der Beherrschung. Und insofern hat er die Spionage und die Bespitzelung durch die Polizei systematisch organisiert. Und die Kartei Fouchés, also diese berühmte Zentralstelle eigentlich, wo alle Informationen zusammenlaufen, die steht eigentlich dafür. Zensur der Presse und ihre Überwachung sind wichtige Aufgaben eines Polizeichefs und seiner Mitarbeiter. Es dürfte nicht nur die Königsberger überrascht haben, dass sich Schulmeister schützend vor einen örtlichen Verleger stellt, der heftig gegen die Franzosen gewettert hatte. Ein letzter Rest revolutionären Freiheitsdenkens? Tatsache ist, es wird Schulmeister in späteren Jahren nützen. Das Napoleonische Empire kam erst mal als ein Rechts- und Freiheitsstaat daher. Wenn man dann aber in die Realitäten guckte, dann war es natürlich etwas anders. Erst mal war es ja keine Republik mehr bald, sondern ab 1804 ein Kaiserreich. Und die verschiedenen Vasallenstaaten wurden auch in Monarchien umgewandelt. Die hatten zwar Verfassungen, die hatten zum Teil auch den Code Zivil und damit also moderne freiheitliche Elemente. Aber wenn man dann darauf schaut, was Napoleon von diesen Vasallenstaaten wirklich wollte, dann waren es vor allen Dingen zwei Dinge, Abgaben und Soldaten. Und diese beiden Dinge haben die Bevölkerung viel, viel mehr belastet, als sie die Verfassung und der Code Zivil erfreut haben. Napoleon gestaltet Deutschland radikal um. Den Flickenteppich kleiner und kleinster Fürstentümer gibt es bald nicht mehr. Im Herbst 1808 lädt Napoleon die Regenten in seinem Herrschaftsbereich sowie den russischen Zaren zum Fürstenkongress nach Erfurt ein. Im Volk regt sich Widerstand. Napoleon fürchtet Attentate nationalgesinnter Kreise. Und so ist Schulmeister nicht nur für die Unterbringung, sondern auch für die Sicherheit der Teilnehmer verantwortlich. Seine angenehmen Umgangsformen und seine Erfahrungen in der Polizeiarbeit empfehlen ihn dafür. Keiner kennt die dunkle Welt hinter dem schönen Schein der politischen Inszenierungen so gut wie er. Der Pastorensohn ist ganz nah dran, an den Mächtigen und weniger Mächtigen in Napoleons Umfeld. In Erfurt versammeln sich alle gekrönten Häupter Europas zu einem Kongress. Es muss also ein Zwischenfall vermieden werden. Mithin richtet sich die Aktivität der Polizei mehr auf die Gegenspionage. Und Schulmeister ist auf dem Gebiet überaus erfolgreich. Denn es gelingt ihm die Aufdeckung nicht gerade von Attentaten, aber von problematischen Situationen. Die nationalistischen Ideen, die potenzielle Attentäter umtreiben, sind ein Import aus Frankreich. Die Revolutionsarmeen hatten sie auf ihren Eroberungszügen quer durch Europa im Tornister gehabt. Die Aneignung des französischen Nationalismus ist eine ganz partikulare Sache. Der französische Nationalismus hatte verschiedene Bestandteile. Der eine Bestandteil war die Freiheit. Die Nation, die Nation, war das souveräne Volk. Und auf der anderen Seite gab es aber auch in Frankreich diesen Kulturnationalismus. Also, dass man sich als Nation von anderen Völkern abgrenzte, sich denen überlegen fühlte und im Grunde genommen seine Überlegenheit im Nationalismus auslebte. Die Deutschen haben die Freiheitsseite des Nationalismus wenig rezipiert. Aber diese andere Seite, das Wir-Gefühl und die Ausgrenzung, sehr stark rezipiert. Kurz nach Erfurt, im April 1809, zieht Napoleon wieder in den Krieg. Wieder gegen Österreich. Wien wird intensiv beschossen. Die Stadt muss kapitulieren. Der österreichische Hof flieht nach Ungarn. Wieder ziehen die Franzosen in die Hauptstadt ein und müssen die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Sie nehmen einen Experten. Ein zweites Mal ist Schulmeister für die Polizei zuständig. Doch diesmal ist seine Aufgabe ungleich schwerer. Es herrscht eine sehr feindliche Stimmung gegen die Franzosen. Die Bürger von Wien haben unzählige Waffen, sogar Kanonen, nicht abgeliefert und an geheimen Orten gebunkert. Patriotische Schwärmer planen Attentate. Doch der einstige Schmuggler weiß genau, wo man was verstecken könnte. Und wieder geht es um öffentliche Sicherheit und Gegenspionage. Er deckt sogar einen Waffenhandel zwischen Wien und Russland auf, als Polizeipräfekt oder kaiserlicher Kommissar. Um in entsprechende Kreise einzudringen, schickt er seine Agenten. Er selbst wird die Leute dann verhören. 1809 leitet er in Wien das Verhör von Friedrich Stabs, dem Preußen, der Napoleon ermorden wollte. Schulmeister agiert geschickt zwischen seinen Leuten, zwischen Doppel- und Dreifachagenten. Denn in Wien dieser Tage wimmelt es nur so von Spionen aus aller Herren Länder. Sein Aufgabenbereich geht bald über Wien hinaus. Er soll sogar dem österreichischen Kaiserhof inkognito nach Ungarn hinterhergereist sein. Er versucht weiterhin, seine Agenten nach Ungarn zu schicken, um zu erfahren, wie der Hof sich verhält. Die Franzosen beobachten Ungarn, denn sie wissen, dass der Kaiser sich dorthin zurückzieht, wenn Österreich angegriffen wird. Man will also in der Lage sein, einen Aufstand in Ungarn auszulösen, um im Schoß der österreichischen Macht Unruhe zu erzeugen. Schulmeisters Menschenkenntnis ist seine wichtigste Waffe. Er erkennt schwache Stellen, weiß, wie man Menschen erst für sich gewinnt und wie man sie später unter Druck setzen kann. Also die Mittel der Polizei in dieser Zeit sind beschränkter als die heutigen. Aber natürlich kann man die Kreise, die man für gefährlich hält, auch mit so V-Männern infiltrieren. Also man kann Kontakte aufbauen in die gefährlichen Milieus. Man kann die Schriften, alles was publiziert wird, genauestens angucken und auswerten. Und natürlich hat man die Möglichkeiten der Exekutive, das heißt verhaften, ins Exil bringen. Also all die Möglichkeiten, die es auch braucht, um Gegner auch mundtot zu machen. Der Friedensschluss mit Österreich beendet seine Tätigkeit in Wien. Er kehrt zurück und erwirrt bei Paris ein weiteres Palais. Schloss Pieple. Dort will er Ruhm und Reichtum genießen. In ganz Europa kennt man jetzt seinen Namen. Er selbst bleibt ein Phantom. Hinter ganz vielen Aktionen vermutet man den geheimnisvollen Meisterspion. Dennoch gibt es keine Fotografie, keine modernen Kommunikationsmittel, die sein Bild sekundenschnell in der ganzen Welt verbreiten könnten. Man weiß, dass es Schulmeister gibt. Doch wer nennt ihn Schulmeister? Er kann sich auch Schulmacher oder Schulmaestre nennen. Schreibweisen sind zu dieser Zeit noch nicht festgelegt. Wenn über eine Person gesprochen wird, von der man vorher nie gehört hat, notiert man ihren Namen auf unterschiedliche Weise. Schulmeister ist den Österreichern unbekannt. Obwohl er polizeiperfekt war, findet man Berichte mit Beschreibungen von Schulmeister, die nicht den Beschreibungen entsprechen, die man von ihm kennt. Für die Österreicher ist Schulmeister überall und nirgends. Das wird ihm auch bei seinem nächsten Auftrag hilfreich sein. Fouché muss abtreten, weil er hinter Napoleons Rücken intrigiert. Neuer Polizeiminister wird Napoleons Günstling Savary. Und Savary schickt seinen Schützling Karl Ludwig nach Hamburg, das von den Franzosen annektiert wurde. Napoleon hat zwar ein Handelsembargo gegen Großbritannien verfügt, doch die Hamburger widersetzen sich der Kontinentalsperre und treiben heimlich weiter Handel. Verbotene Waren, die die Franzosen aufspüren, werden öffentlich verbrannt. Besonders trickreich, Savary lässt falsche Pfundnoten drucken, die Schulmeister übergeben werden. 1812 hat der Polizeiminister Savary für seinen Handlanger Schulmeister einen Auftrag. Demnach begibt sich Schulmeister nach Hamburg. Er kennt Hamburg, denn er war zwischen 1805 und 1809 dort. Er kennt Händler, denen er falsche Pfundnoten übergeben kann, die auf der anderen Seite des Kanals ausgegeben werden sollen. Savary und Schulmeister wollen den Handel stören und dem Vereinigten Königreich schaden. Und verdienen möchten beide auch daran. Napoleon bereitet währenddessen den Feldzug gegen Russland vor. Nimmt er Schulmeister mit? Militärspionage ist zeitlich begrenzt. Man fängt einen Krieg an und beginnt mit Spionageaktivitäten, die mit dem Ende des Feldzuges ebenfalls enden. Für die Kriege in Deutschland 1805, 1807 und 1809 kann man Schulmeister brauchen. Aber als Napoleon in Russland einmarschieren will, brauchte er anderes Personal. Dafür benutzt man die Pole. Man setzt Leute aus dem entsprechenden Land ein, um Spionage zu betreiben. Mit dem katastrophalen Ausgang des Feldzugs im bitteren russischen Winter beginnt der unaufhaltsame Niedergang dieses Kaisers von eigenen Gnaden. Am Ende dieses Krieges marschieren Preußen, Russen und Österreicher in die französische Hauptstadt ein und stellen die Herrschaft des alten Königshauses der Bourbonen wieder her, das von der Revolution hinweggefegt wurde. Mit den vielen Anhängern Napoleons gehen die Alliierten gnädig um. Schulmeister dagegen gilt Preußen und Österreichern als Verräter deutscher Interessen und muss untertauchen. In Paris verbirgt er sich vor seinen Herrschern. Seine beiden schönen Schlösser nützen dem cleveren Karl Ludwig jetzt nichts mehr. Die Österreicher fahnden nach ihm. Und nicht nur sie. Ulm, Wien, Wismar, Königsberg und Hamburg. Man hat ihn nicht vergessen, auch wenn man sein Bild nicht kennt. Die Preußen, denen seine antipreußischen Aktivitäten in Königsberg schlecht bekommen sind, wollen ebenfalls seiner Habhaft werden. Doch das Problem ist, dass sie weder wissen, wer er ist, noch wo sie ihn finden können. Doch er hat wieder Glück. Männer mit seinen Fähigkeiten werden immer gebraucht. Preußen und Österreich wollen jeder das Elsass an sich reißen. Und da könnte der Top-Agent aus Straßburg durchaus nützlich sein. Die Österreicher versuchen ihn während der ersten Restauration 1814 für ihre Zwecke zu verwenden. Ein antipreußisches Netzwerk soll auf der linken Reihenseite aufgebaut werden. Doch Schulmeister sagt, ich habe nichts mehr zu schaffen mit diesen Dingen und tut nichts. Man weiß von einem Treffen, das 1812 stattfindet, zwischen einem Gesandten Metternichs und Schulmeister. Aber man findet keine Informationen zum Ausgang des Treffens. Auf jeden Fall hat Schulmeister nicht akzeptiert. Die Österreicher wollen Schulmeister anwerben, die Preußen ihn einsperren. Seine Schlösser werden von preußischen Soldaten verwüstet. Sein ganzer Reichtum ist in Gefahr. Viele Emporkömmlinge können ihren Reichtum behalten, den sie unter Napoleon zusammengerafft haben. Und es gibt viele Opportunisten, die auch unter der neuen Herrschaft wieder in Amt und Würden sind. Karl Ludwig Schulmeister dagegen droht alles zu verlieren. Seine Förderer können ihn nicht mehr schützen. Werden er und seine Familie im Elend enden? Auf einer Reise wird er aus der Kutsche heraus von den Preußen verhaftet und nach Wesel gebracht. Dort verhört man ihn. Die Untersuchungskommission kommt zu dem Schluss, dass man Schulmeister keinen Verstoß gegen Kriegsregeln vorwerfen könne. Königsberger Bürger setzen sich in Schreiben für ihn ein. Jetzt zahlt sich aus, was er für den dortigen Verleger getan hat. Doch mit einem Leben in Saus und Braus ist es vorbei. Die Preußen plündern sein Haus. Sie nehmen Diamanten und Geld mit. Was bedeutet, dass die Situation schwierig ist für Schulmeister, als er nach Straßburg zurückkommt. Man erkennt die klassische Paranoia der Polizei. Da er ein Agent von Bonaparte war, wird er überwacht. Und das bis 1830. Schulmeister hat alles verloren. Zurückgezogen lebt er in seiner Wahlheimat Straßburg. 1816 veröffentlicht er seine Memoiren. Es ist nur eine historisch wenig aussagekräftige Verteidigungsschrift. Er versteigt sich sogar zu der Behauptung, niemals spioniert zu haben. Hochbetagt stirbt er 1853, wird in Straßburg zu Grabe getragen. An Napoleons deutschen 007 erinnern heute in Straßburg ein Park und eine Straße. Kommende Jahrzehnte werden in ihm mal den Helden, mal den Verräter sehen. Ganz nach Bedarf. Ist er ein Doppelagent? Ein französischer Spion? Ist er ein Verräter? Man streitet lebhaft während der deutsch-französischen Krisen und Kriege zwischen 1810 und 1914. Es gibt eine Konkurrenz der Erinnerungen an Schulmeister, die in erster Linie eine französisch-deutsche Konkurrenz ist. Schulmeister ist ein außerordentlicher Glücksfall für alle, die zeigen wollen, dass er zur einen oder anderen Seite gehörte. Denn so kann man einen Helden aus ihm machen. Das französische Fernsehen entdeckt diese wichtige, aber auch charakteristische Figur der Napoleonischen Kriege in den 70er Jahren. Karl Ludwig Schulmeister wird zur Hauptfigur einer populären Abenteuerserie. Dokumente zeichnen ein differenzierteres Bild. Karl Ludwig Schulmeister lebte in einer Epoche, in der der Gedanke der Nation erst im Entstehen war. Eine Epoche, in der die Ideen der französischen Revolution viele kluge Köpfe begeisterten. Schulmeister schlug sich auf die Seite dieser Revolution. Ob aus Überzeugung oder aus Karrierestreben, wer weiß das schon. Karl Ludwig Schulmeister ergriff die Chancen tatkräftig, die eine Umbruchszeit denen bietet, die sie zu erkennen und zu nutzen wissen. Mit Napoleon stieg er auf, mit Napoleon waren Reichtum, Ruhm, Karriere auch beendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020